Schüler und Schülerinnen der Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule hatten die Gelegenheit, Gemeinschaft zu stärken und spannende Abenteuer zu erleben, als sie am Sportsfun-Team-Day teilnahmen. Dieser besondere Tag wurde von der hessischen Sportjugend organisiert, die die Schule aus über 100 Bewerberschulen auswählte. Der Sportsfun-Team-Day zielt darauf ab, den Zusammenhalt und Teamgeist zu fördern. Durch verschiedene Aktivitäten und Herausforderungen wird ein Umfeld geschaffen, das abseits des normalen Schulalltags das Wir-Gefühl stärken soll. Die Schüler konnten in einer lockeren und unterhaltsamen Atmosphäre gemeinsam neue Erfahrungen sammeln und ihre Teamfähigkeiten weiterentwickeln. Dieser Tag wurde großzügig von der Kreissparkasse Weilburg gefördert, was die Durchführung des Events erst ermöglichte. Darüber hinaus übergab der Förderverein der Schule eine zusätzliche Spende von 400 Euro zur Finanzierung des Tages. Grunde ist der Tag so aufgebaut, dass wir verschiedene Arten von Stationen haben. Wir haben einmal Vereinsstationen. Das ist natürlich uns als Sportjugend Hessen ein großes Anliegen, dass wir versuchen, Vereinssport an so einem Tag zu gliedern und dann die Möglichkeit bieten, dass sie sich einfach präsentieren können und dann möglichst Kinder vielleicht auch langfristig in ihren Verein zu binden. Das wäre natürlich die Optimallösung. Wie habt ihr es geschafft, aus 100 Schulen aus der Welt zu werden? Das wissen wir selbst nicht so genau. Wir haben einfach die Nachricht, die Mail erhalten, ihr seid dabei. Wir waren alle selbst überrascht über die ganze Geschichte. Wir haben uns also einfach spontan mal angemeldet und haben gesagt, das wird sowieso nichts. Und auf einmal kam die Rückmeldung, okay, wir sind ausgewählt eine von den über 150 Schulen. Und der Sportbund organisiert das Ganze quasi? Ja, die Sportjugend Hessen, die organisiert das und die Sparkasse ist halt eben der Sponsor, der das Ganze unterstützt. Und da sind wir auch froh, dass die Kreissparkasse Weilburg auch dem zugestimmt hat, und dass er das auch hier unterstützen wird. Und da sind wir froh drum, dass wir das hier auf die Beine stecken kommen. Und da sind wir froh, dass wir das hier auf die Beine stecken kommen. Der echte Grill-Fan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof-Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Wir achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Neues E-Bike läuft! 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 Bis zum nächsten Mal. Indien ist eine wahre Sinnes-Explosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehme Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Familie Kula Bei KRA und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus. Immer innovativ. Immer eine automobile Naturgewalt. KRA und Enders. Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Im Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaelis Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthaus Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist mehr als ein Bistro. Es ist mehr als ein Bistro. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Ousingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch. Stadtwerke Weilburg Power, Kompetenz und Energie Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg Vor Ort Immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter www.kunden-stadtwerke-weilburg.de 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 www.kunden-stadtwerke-weilburg.de